hallo und willkommen zu einem neuen canopy growth update wollte noch mal ein update machen denn der preis hat es ja gestern geschafft aus diesem trend kanal nach oben auszubrechen zumindest mal lokal und ja ich möchte jetzt gar nicht mehr über die übergeordnete struktur sprechen das haben wir wirklich ausgiebig gemacht da hat sich jetzt auch nichts daran verändert das heißt es ist noch lange nicht bestätigt dass ein boden ausgebaut wurde aber was halt hier jetzt ein bisschen interessant wird bei dem chart ist dass er hier tatsächlich es geschafft hat über diese sage ich mal solide durchgezogene trendlinie auszubrechen gleichzeitig haben wir aber auch diesen korrektiven trend kanal und das ist halt immer so ein erster hinweis dass ein boden ausgebaut sein könnte ist natürlich nur der erste hinweis das muss natürlich weiter bestätigt werden einfach dadurch dass wir zum beispiel in ersten fünf teile nach oben sehen wie hier in gelb dargestellt wenigstens mal diese welle 1 hätte ich gern komplett damit man dann in der welle 2 eine unterstützung definieren kann und dann eben auch ein ziel zu definieren für die welle 3 4 5 aber ich glaube solange wir nicht diese fünf wellen haben können wir hier gar nichts bestätigen das ist halt so weil die bewegungen einfach zu klein sind das sind natürlich auch ich meine normalen aktie es steht jetzt hier bei tradingview ich weiß gar nicht ob ihr das seht da steht es 3,7 prozent plus ne ich meine heute ist der markt zu in den usa aber wir können ja mal einen blick auf weed werfen ich weiß gar nicht ob in kanada schauen wir gleich mal aber das natürlich kleinste bewegungen hier bei bei cgc aber bei anderen aktien wäre das natürlich doch bedeutend also ist halt das problem bei diesem chart und ich bin hier nicht grundsätzlich bullisch eingestellt ich habe einfach ich verfolge was der markt mir erzählt ja ich bin weder bullisch noch bärisch das heißt es gibt hier ein bärisches szenario es gibt ein bullisches szenario beim bärischen szenario haben wir gesagt dass diese welle fünf nach unten in blau wie gesagt ich will gar nicht mehr so deutlich auf diese oder so wirklich signifikant auf diese strukturen jetzt eingehen das können wir wieder einem anderen video machen aber es geht darum zeigt der markt nach diesem abwärtstrend der jetzt hier im mai gestartet hat zeigt ja ein wendesignal ja und das erste kleine signal das ist aber in meinen augen alleine noch nicht viel wert das erste kleine signal hat er halt jetzt gezeigt das ist halt hier ein bruch über die trendlinie das ist aber für elliot wave eher unbedeutend naja was halt bedeutend ist ist halt ein ausbruch aus einem trendkanal aber dann muss man auch sagen das muss ein nachhaltiger ausbruch sein das heißt er muss ja jetzt auch über diese trendlinie mal halten das macht er aktuell noch was aber wichtiger ist aus elliot waves sicht ist dass wir auch jetzt in dieser kleinen welle 1 hier ein fünfteiler wenigstens packen ihr seht es wahrscheinlich selber das ist jetzt nur ein dreiteiler noch jetzt in noch einen kleineren time frame zu gehen macht keinen sinn aber und ich kann euch auch sagen das ist schon mal kein impuls der sich hier bildet es könnte vielleicht im besten falle irgendwie eine diagonal bewegung geben dass man sagt vielleicht ist das eine kleine 1 2 3 macht hier eine 4 und dann kommt noch hoch dann habe ich eine 5 wenn wir das sehen morgen morgen ist der markt wieder offen dann könnte das hier möglicherweise ein erstes wende signal sein wenn wir das haben dann ist es aber auch zweifelhaft weil es hat eine kleine fünfteilige struktur ist wirklich mini und dann würde man eben sehen müssen ob er auch in der welle zwei da eine unterstützung hält die man dann auf den chart bringen kann wenn nicht okay dann geht es weiter hier mit der routine dann geht es noch ein bisschen weiter bergab dann müssen wir schauen die 5,70 5,26 ich hoffe das ist klar also wirklich für eine solide bestätigung dass ein boden ausgebaut wurde und dass wir auch wirklich bullisch sind aus analyse sicht brauche ich diese fünfteilige struktur das ist wichtig so und danach halt der abc rücksetzer wird vermutlich ein zuverlässiges trade setup mehr oder weniger bei so einer aktie ist das halt mit zuverlässig zweifelhaft weil die ist halt sehr volatil aber dann kann man hier eine unterstützung definieren das braucht halt geduld und so weiter aber das ist halt das der nächste schritt ja der nächste schritt sehr mal step by step es geht um wahrscheinlichkeiten ich erkläre euch hier nur was wir sehen müssen aktuell kann ich euch sagen die drei wellen nach oben überzeugen mich persönlich noch nicht aber was nicht ist kann ja noch werden jetzt gehen wir mal bei weed schauen ich weiß gar nicht ob der kanadische markt der müsste aber offen haben ja genau das moment so so die habe ich ja gar nicht durchgezählt komplett hier aber hier sieht man halt auch eigentlich ein gleiches bild gleiches bild wir hatten hier so eine trendlinie die ist aber eigentlich bei bei cgc noch schöner definiert in meinen augen das interessant okay aber sagen wir mal okay auch hier hat er irgendwie ein trend durchbrochen hat aber bis jetzt auch nur drei wellen nach oben das ist das gleiche was wir jetzt oft bei cgc gesehen haben bräuchte ist noch ein hoch mal mindestens damit ich überhaupt von einer diagonale mal sprechen kann das ist ganz klar erstmal eine dreiteilige bewegung also nach wie vor etwas geduld haben mal sehen was der markt morgen macht wenn wir den ersten fünf teile haben also er über das hoch ausbricht können wir die nächste unterstützung mal auf den chart bringen das ist aber dann immer noch sehr sehr fragil gehen wir mal auf cgc zurück das ist dann immer noch sehr sehr fragil aber dann hätten wir zumindest mal was womit wir arbeiten können aktuell ist ein weiteres tief halt immer noch wahrscheinlich das ist halt die sache wir müssen jetzt einfach sehen ob er über der trendlinie halten kann das wird immer bei einem breakout so manchmal brechen die direkt aus manchmal gibt es einen retest und wenn der retest erfolgreich ist dann kann das durchaus ein weiteres bullisches signal sein ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ihr es bitte ein like da lassen aber unten kommentar hat einen schönen abend und bis dann tschau tschau